Hallo und herzlich willkommen zurück, diesmal wieder mit Kamera. Ich bin so eine Nase, ich habe echt voll vergessen, die Kamera beim letzten Mal einzuschalten. Vielleicht, weil ich mich noch so geärgert habe, dass unser Spielstand weg war. Okay. Oh, guck mal, was da rausgeflogen kommt. Okay, ich komme später nochmal. Wow, wieso habe ich jetzt so viel, so oft mal hinhauen müssen? Sonst war es immer nur einmal. Was, dat? Vergiss es. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Da haben wir ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wenn da unten solche Truhen, Sarkophage lagen, die haben immer den sicheren Tod bedeutet. Weil da immer so ein ganz kleines, winziges, mega riesengroßes Wesen rausgehüpft kam. Also, ich vermute jetzt mal eins. Lass uns mal die Karte aufmachen. Da es heißt, dass wir zwei Sachen finden müssen. Wir hier rein landen, hier in diesem Gebiet hier. Und dann hier von zwei Tore links und rechts abgehen. Und das ist der Weg, den wir gerade vorgegangen sind, vom Schiff weg. So, das ist der hier. Da haben wir ein Tor nicht gemacht. Da haben wir zwei Tore nicht gemacht. Und wenn du dann da runtergesprungen bist, hier, Flops, hast du mal unten angekommen, dann gehen hier zwei Tore weg. Einmal links, einmal rechts. Und da wir zwei verschiedene Teile finden müssen, vermute ich mal einen Weg für einen Teil, der zweite Weg verliert, der andere. Also ist es egal, welche Richtung wir gehen. Wir müssen so und so beide gehen. Da ist ein, da ist ein, wo ist denn da was? Ah, schädlich. Ne, also wir kommen hier so oder so nicht aus. Also kommen wir so oder so nicht aus. Und müssen in beide Richtungen gehen. Das nehme ich jetzt einfach mal ganz grob an. Kann ich das kaputt machen? Das kapiere ich noch nicht. Wann das auftaucht und warum das auftaucht und was das ist. Da ist Gesundheit, Leute. Was ist denn hier Gesundheit? Ganz da oben. Na komm. Uh, eine Truhe. 17. Hi. Uh. Das ist wohl die krasseste Waffe, die wir bisher gehabt haben. Bonus-Schaden, extrem hoch. Projekt-Schieser, okay. Die Stabilität ist nicht so gut, okay. Aber geteilter Strahl, 60%. Das kann man updaten, ne? 17, ich wette Wahnsinn, ey. Kommen wir denn da rüber? Ah, hier drüben. Da. Hallo. Okay. Zack. 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 Okay. Totes Ding, was? Da waren wir ja schon. Das haben wir schon mal gehabt. Ja, das konnten wir schon mal umrunden, ne? Und das hat damals nichts getan. Nein, 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 nein. Ich habe sie abgestellt, aber sie spielt in mir weiter. Das habe ich nicht verdient. Die Jahreszeiten fürchten, den setzen wir nicht. Sie hört die Musik auch. Ich fange an zu verstehen, was ihren Verstand zerstört hat. Xenoton, Prisma, du erhältst einen zusätzlichen Slot. Yes, Baby. Okay, mehr als drei kriegen wir sowieso nicht. Drei von 15. Die anderen haben auch nicht alle gefunden, ne? Okay, was ist das wieder jetzt? Augen. Okay, das heißt, wir müssen da rüber, ne? Guck mal, was da mag. Einmal Harz. Wow! Die sind scheiße, kacke, schnell. Waren die schon immer so schnell? Da drüben ist so ein Unterfallding, gell? Wie viel haben wir denn? 115. Sollen wir? Haben wir schon eingekauft? Nie, ne? Haben wir schon eingekauft? Nie, wir haben nur nicht eingekauft, ne? Wir haben nichts eingekauft. Lass mal gut sein. Wir sammeln noch ein bisschen Obelit. Damit wir was... Damit wir was einkaufen können. Was ist das wieder jetzt? Zu Dingen mit der Mitte, zur Kugel holen wir sich durch. Genau, die mag ich nämlich gar nicht. Was ist das denn für ein Viech? Okay. 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 Merke, ein schöner Mond. Diese Viecher kannst du knicken. Kannst du komplett knicken. Im Nahkampf. Die anderen konnte man im Nahkampf nämlich alle wunderbar ausschalten, ne? Die Dinger gehen nicht. Okay. Merke, für das nächste Mal. Keine Chance. Die Dinger können wir im Nahkampf nicht ausschalten. Anderes Teil. Was ist das denn? Sinnvisier verlangsamt beim Ziel mit Alpha die Zeit. Muss ich nach jeden Aktivierungen nachladen. Auch nicht schlecht, oder? Ausprobieren. Muss ich da irgendwas Spezielles machen? Wissen wir nicht, ne? Okay, jetzt wissen wir zum... Oh Gott, das kennen wir noch nicht. Das Ganze da oben ist einer. Guck mal. Wir wissen jetzt zumindest eins. Wenn wir wieder in dem Ding hier... Also diese... Diese... Eine Gegensee. Da wissen wir ja, dass das sich zusperrt. Weil die sind ja immer die gleichen. Und... Dass wir da sehr vorsichtig sind. Weil dieses... Riesenmonster... Hey, was ist das denn für ein Riesenareal hier? Was ist das denn für ein Riesenareal hier? Okay, die dürfen nicht schießen. Mal hier. Kalibrator. Ui! Krasse. Was ist das denn für ein krasses Areal hier? Fähigkeitskreislauf Datenwürfel. Platzieren Sie es auf einem passenden Gerät, um dieses Gegenstandsschema für zukünftige Zyklen freizuschalten. Oh Gott, guck mal. Noch mal. Drei, vier, noch mal. Warum liegen hier so viele? Das macht mir Angst. Okay, so weit wollte ich nicht. Okay, noch mal. Noch ein Versuch. Er ist ein echt großer... Großes Areal. Das andere Nachteil ist natürlich, du kannst hier überall runterfallen, gell? Hier, das darf man natürlich eigentlich außer Acht lassen. Da ist noch Gesundheit. Wo ist denn hier noch Gesundheit? Auch eins... Eins tiefer. Da? Ah, da. Okay. Da liegen wir schon wieder. Okay. Vier von fünfzehn. Also hier geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Halt, warte mal. Vielleicht kriegen wir hier gleich eine Waffe. Hm, schade. Aber die werde ich vielleicht jetzt trotzdem dann gleich mitnehmen. Weil ich glaube, die ist besser natürlich als unsere. Da drüben ist auch noch was. Guck mal. Jesus Christ, wie kommen wir denn da hin? Wenn wir das überleben haben, weil er runterfällt. Bei uns sind ja ganz normale... Ganz normaler Boden, ne? Da unten ist ein ganz normaler Boden. Keine Ahnung, ob man das überlebt. Aber eigentlich sollte man. Wir haben nur 37, wir haben so gut wie gar nichts. So, wie komme ich jetzt da hin? Hui. Okay. Da gucken wir drüben, liegen wir schon wieder. Wie komme ich da wieder raus? Hier. Ich glaube, ich kann unten nicht gehen. Irgendwie habe ich so die Vermutung. Da drunter ist auch noch was. Hier unter uns. Guck mal, die kann sie kaputt machen. Hä? Hier, ein Stockwerk tiefer ist auch noch was. Wie kommen wir denn da hin? Okay. Okay. Okay, man kann nicht drunter springen. Das wissen wir jetzt. Uah. Aber ich komme da nicht drunter, ne? Den einen Stockwerk tiefer kommen wir nicht. Also, wir lassen uns hier fallen und dann... Ich hoffe, wir kommen jetzt hier wieder raus. Ja. Ja, eine verrückte Sache ist das hier. Okay, die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal mit, bis wir die andere haben. Oh Gott. Gott, schießt die langsam. Was ist denn das hier? Gott, ist das Ding langsam. Ich gehe jetzt auch mal wieder weg. Es ist sehr langsam. Noch so ein Riesenareal. Wow, guck mal, das ist da drüben. Das ist neu. Ist das Wasser oder ist das Nebel? Vier Geschütze. Ja, super. Supi. Okay. Ich habe keine Ahnung, was unser Special-Ding hier gerade jetzt beursacht hat. Aber es hat auf jeden Fall nachgewirkt. Ist da noch einer? Nee, ne? Ah, es ist alles aufregend. So. Das ist ganz schön tief unten. Scheiße, das sind zwei. Da sind zwei. Oh toll, ich habe das Ding kaputt gemacht. Mein Schutz. Du siehst mich nicht. Okay. Vergiftetes Harz. Was ist das für eine verrückte Gegend hier? Das ist echt nicht schnell. Aber das glüht so nach. Wo waren wir überall noch nicht? Es ist eigentlich gar nicht so groß, ne? Es sind so viele Ebenen eigentlich nur. Aber die kommen einem sehr groß vor. Die kommen einem sehr groß vor. Aber die, glaube ich, könnte man... Auch, schaut schon toll aus. Aber ich glaube, die könnte man relativ schnell überqueren, ne? Das ist wie so ein Auge. Kommen wir nicht mal hin zum Auge. Ja, ist super. Okay. Ich habe doch immer Angst, Leute. Nein, 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 nein. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir sagen. Egal, ob wir sterben oder nicht. Auge. Okay. Das können wir schon. Ich glaube, da musst du einfach schnell sein. Bevor die Dinger da auf anfangen, runterspringen, holen. Diese roten Dinger, die sind von uns. Ich dachte vorher... Ich dachte vorher... Das haben diese Augen geschossen. Okay. Schädlich. Ich bin. ach guck mal das können wir gott wo bin ich jetzt reingefallen das können wir hier ne brauchen wir einen schlüssel wollen wir was ist das wundsucher 30 prozent mehr schaden beim zielen mit niedriger gesundheit ja toll soll ich denn das obelit bitteschön kommen bekommen 30 prozent was ist das denn hier das ist ein spinnen netz ok die spinne möchte ich nicht begegnen auch das kann man hier doch schon ne so bisserl vom aufbau her hier kann man sowieso nicht machen hier drin das kümmer das kümmer hier schon so bisserl vom aufbau guck mal hier knien wir wieder zwei stück gleich jetzt weiß ist es schon ab ab gruselig oder wo müssen wir denn jetzt sind da oben kommen wir denn da rauf kommen wir denn da rauf hier aje aje da ist es wieder ich hab immer noch angst dass wir hier in irgendeine kacke rein landen ok was kriegen wir hier schön ist das aufsa von hast gewährt im nächsten schritt schild für kürze und zwei sekunden das ist toll erhöht positiv ist im effekt jetzt haben wir noch 93 nicht viel da geht es weiter unser haus das können wir auch ok langsam leute das könnten wir doch schon ja wir sind ja gestorben klar findet den ursprung wir waren ja tot und diesmal gibt es ein astronauten wir haben so null was ist das Das war's. Okay, eins ist schon mal klar, jetzt hat die Diener tun mir nichts. Da war ich mir nämlich auch nicht ganz sicher. Okay, wie kommen wir denn da durch hier? Können die durchslippen? Wow. Okay. Okay. Scheiße. Ich dachte, da passiert nichts. Oh Scheiße. Und Regen in die Traufe. Wow, was ist das denn? Oh nein, ich komme nicht raus. Oh Gott, lauf, 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 lauf. Woah. Oh. Ohhhh! 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 Also das ist glaube ich ziemlich cool, ne? Wenn dann mehrere gleichzeitig auftauchen mit diesen roten Flubbesflubbelflubbelding da mit diesen roten Verbindungsteilen da die machen ganz schön massiv dann Schaden Boah, wir haben das Ding hier überlebt Da darf man nicht reinfahren Okay, sonst noch was? Ne, ne? Da könnte man... Wir haben keinen Schlüssel Oh Gott, das kennen wir doch schon Genau, ich wollte grad sagen, das kennen wir doch schon Ist das Ding tot? Ist das Ding tot? Oh Gott! Ich weiß ja nicht, ich bin gerade sehr... Ich lass die mal... Oh Mann! Boah, das ist echt schwierig! Ich bin eigentlich ganz begeistert von dem Ding jetzt gerade gewesen Jetzt haben wir schon zwei... Zwei Dinger gehabt, wo sie uns eingesperrt haben und die haben wir überlebt Oh Gott! Und mich ist das schocken Oh wie krass! Wie grausam! Was ist das? Echo Schlüssel! Einer von zwei Echo Schlüsseln, die du brauchst um die Echo Gewölbe zu öffnen Wir haben ein Echo! Okay, so schaut also ein Echo Schlüssel aus Das heißt, wir können jetzt uns hier ganz schnell wieder zurück beamen und dann in die andere Richtung gehen Also der war nicht einfach zu kriegen Und ich bin doch immer unentschlossen Gebe ich ganz ehrlich zu Ob ich die andere Waffe nicht doch wieder nehmen soll Komm mal nicht rauf Weil... Die war schon nicht schlecht, ne? Okay Leute, aber ich sag mal bis dahin mal herzlichen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Dann gehen wir in die andere Richtung und hoffen, dass wir den zweiten Echo Schlüssel holen Ergo Genau, so ist es Und dann mal schauen, wie es dann weiter geht Schau mal, hatten wir eigentlich den Replikator schon? Ja, ne? Wir machen das jetzt mal nachdem wir jetzt hier so weit gekommen sind Was kostet uns das? Das machen wir Okay Leute, vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Dann geht's auf Dann suchen wir den zweiten Schlüssel und hoffentlich kriegen wir ihn Hoffentlich schaffen wir das Und... Dann bin ich immer gespannt Wie es dann weiter geht Genau, dahin müssen wir Dann geht's in die andere Richtung rüber So wie ich schon vermutet hatte, ne? Einmal in die Richtung, einmal in die Richtung Genau Okay, also da Leute Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns beim nächsten Mal Wenn's heißt Wir suchen den zweiten Echo Schlüssel Bis dahin Tschüss Tschüss